Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was jetzt sagen kann und wird gegen Sie vor Gericht verwendet werden. So, ab mit euch aufs Servieren. So, ab mit euch auf. So, ab mit euch auf. So, ab mit euch auf das Recht zu Georgetown haben. So, das war ja auch mal wieder eine Glasleistung. Ja, hier. Sechs. Sechs, Klaus. Und du dann mal nochmals sechs. Mann, nehmt ihr mal den Grund zu essen? Den du denn? Verdammte Scheiße. Okay, ich wollte mich nicht mehr aufnehmen. Ist ja alles schon mal gut. Und meine Lieben, nächste Stunde gibt's noch so einen schönen Tessel. Und die Lösung dafür? Jürgen war ich sicher. Und mein Pult auch. Viel Spaß beim Lernen. Viel Spaß beim Lernen, der Rennen! Hint auf. Und wer war ich noch? Der dritte Akt. Der dritte Akt. Wer war ich jetzt? Faust, faust. Die Räte treten wir dir. Oh. Na ja, ist leider schon vorbei. Wenn's so viel Spaß macht, geht alles immer so schnell rum. Na ja, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Tschüss, Jamal. Schönen Tag noch, Herr Kjern. Tschüss. Ha ha ha, Buntes. Spiel, spiel. Oh. Hey, Jungs. Ich hab' nie Klaus-Pierre gedacht. Ja, Mann. Ja, Mann. Morgen ist doch dieses perverse Katy Perry-Konzert. Ja, Mann. Katy Perry. Ey, Jungs, wir müssen diese Lösung klauen, halt. Die Lösung aus dem Pult. Und ich weiß auch schon wie. Ja. 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 Musik Musik Jungs, die Lösung, die müssen hier sein! Musik 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 Jungs, vielleicht hat der Wettbewerb den Film schon verstanden! Ja, ja! Musik 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 Das war's. Nein, Mann! Den müssen wir mit! Nein, Mann! Der kann sich nicht rein. Was macht ihr denn hier? Extra-Unterricht? Wir wollten die Lösung klauen. Das wird an unserer Schule hier nicht geduldet. Dafür verbringt ihr den Nachmittag in der Schule. Und das wird noch Folgen für euch haben. Das gibt vielleicht sogar einen Verweis. Rein mit euch, Mr. Täter. Weg mit euch. So. Jetzt hinsetzen. Und ihr bleibt hier bis 17 Uhr. Und wenn ich merke, dass einer von euch hier vorher rausgeht, dann gibt's richtig Ärger. Ich bin in meinem Büro. Verdammt, ist das scheiße, Alter. Bis 17 Uhr? Das ist doch gar nicht ausfallen. Ich bin in meinem Büro. Ich bin in meinem Büro. Ich bin in meinem Büro. Wenn ich scheiße halt zugemacht bin. Ich hatte die ganze Nacht in der Schule. Den Schock werden wir nie vergessen. Das ist halt in dem alten Kernheim. Das müssen wir in dem echtheim sein. Aber wie nur? Ich weiß es. Wir lassen ihn scheiß Wasser säugeln. Ja. So, ab mit euch aus dem Bier. Ich weiß es.